Silja Lüthi von Garage Lüthitz-Nahtersch, ihr seid Citroën-Vertreter hier am Oberwallis. Citroën ist eine bekannte Marke, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Wie hältst du die Marke von anderen Automarken ab? Wir haben bei Citroën spezielle Modelle. Wir haben nicht immer die gleichen Fahrzeuge. Wir haben verschiedene Modelle, extravagante Modelle. Wir haben hier auch der C3, der zur Seite die hübschen Airbombs hat, die speziell ist, die nicht alle Autos haben. Wir haben auch der C4 Cactus, das auch ein spezielles Citroën-Fahrzeug ist, das ein eigenes Design hat und nicht so ein Germanizing ist, wie auch andere Automarke. Wer fährt heutzutage Citroën? Citroën fahren eigentlich alle. Wir haben ein Fahrzeug, das für eine Person ist oder für eine kleine Gemeinschaft oder Familie. Wir haben Familienautos, die man eigentlich wirklich mit Schuppen Kinder brauchen kann, mit acht, neun Personen. Und wir haben auch ein Fahrzeug, das für Prestige wäre. Das wäre die IGDS-Familie, die eigentlich auch sich einen Doktor damit darstellen lässt. Ihr habt den neuen Citroën C3 angesprochen. Den gibt es, so wie er jetzt hier hinten steigt, geht es seit dem letzten Herbst. Also ein sehr, sehr neues Modell in der Citroën-Palette. Was ist speziell an diesem C3? Ja, mit dem C3 hat Citroën schon grosse Erfolge gehabt. Es ist mittlerweile die dritteste Generation dieses Modells. Und es ist eigentlich der Schlager, den wir im Moment haben, den wir eigentlich in der Schweiz rund 2,5'000 Fahrzeuge verkaufen wollen. Was hat der Citroën C3, was andere Autos nicht haben? Also speziell jetzt mit dem C3 ist die Möglichkeit, dass er die Connected Cam drin haben kann. Das ist eine Kamera, die eigentlich in der Frontscheibe ist, die als Dashcam funktioniert. Und wenn ihr jetzt jederzeit selber ein Foto machen könnt, und das könnt ihr euch direkt über auf das Nattellauber schicken. Und dann hat er nachher eine tiptoppe, wie soll ich sagen, Beschilderung, wann er eigentlich war und wisst, was er gekannt hat. Und ja, wie es auf jeder Reise ausgesehen hat. Der C3 ist natürlich sicher auch mit euch mit dabei, wenn ihr an der Neuwan seid. Ja, dieses Jahr sind wir wieder an der Neuwan. Wir werden 5 Fahrzeuge präsentieren. Wir haben auch den E-Me-Hari hier, das neue Elektrofahrzeuge von Citroën. Wir haben auch den C3 hier. Und wir hoffen auch, dass wir den Spicetourer hier hätten. So dass man eigentlich die Paletten von klein bis gross alles sieht. Und wer nicht Zeit hat, an die Neuwan zu kommen, leider Gottes, dann kann sicher den Citroën C3 auch mal sonst während des Jahres hier in der Garage proben fahren. Das ist sicher möglich. Das ist ein kurzes Telefon geben. Dort werden wir schauen, auch die Fahrzeuge, die ihr gerne dort fahren möchtet. Dass wir die Frauen nicht organisieren können. Merci vielmals. Ilja Lüte Dankeschön. Bitteschön. Garen geschehen. Bitteschön.